Hallo Leute! Herzlich Willkommen in einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich... Heute mache ich... Wir haben welche gekauft? Halbzeit! Ja, heute haben wir gekauft. Da stand so mehr 3 Euro. Und wir kaufen so... 5 Euro. Die verarschen uns. Oh mein Gott! Und... Und danach... Danach labern die noch... Dieser Preis ist von etwas anderes und so weiter. Ja. Obwohl da LPS stand. Also dasselbe wie das. Wir haben gerade schon... Manche aufgemacht. Also ich habe die im Auto schon aufgemacht. Ich auch. Ja. Wir fahren mit. Wir haben... Warte mal Leute. Wir haben... Meistens immer... Ähm... Ähm... Soll ich sagen? Ja. Wir haben immer die Samen bekommen. Zwei Mal. Und nochmal zwei Mal. Dann haben wir gewechselt. Ja. 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 Oh. Ja. Ja. Pizza-Hundi. Das sieht man nicht. Aber ich habe schon das... Ähm... Getauscht? Ich habe schon das gesehen, weil ich das aufgemacht habe. Und... Ihr werdet auch gleich sehen, was wir alles getauscht haben. Mhm. Und... Ich mache... Erste... Wäre da nur zwei Essen drin. Mhm. Ich will mehr Tic Tacs. Tic Tacs. Eine große Box. Ich habe auch Wurst malen. Meist mich das nicht hier. Willst du? Nee. Keine Box. So. Hier ist eine Ding. Wir werden Videos zusammen machen. Wie heißt das nochmal? Eine Box. Wir werden zusammen Videos machen. Und das kann man... Ja. Heute oder morgen. Weil morgen gehe ich nicht zur Schule. Parker. Ich frage da meine Mutter. Das Herz. Nicht gehe morgen. Weil ich krank bin. Weil ich jetzt schnupfen, trockenhusten und Halsschmerzen. Ja. Hier ist also eine Box. Die kann man aufmachen. Äh... Und... Hier ist eine kleine Pizzi. Pizzi. Pizza. Und hier ist eine... Das ist meins. Haaa! Lass mich nicht! Jetzt machen wir... Nein! Ey, der Kopf wackelt voll. Aber der Hut geht voll schnell ab. Mhm. Ein Hotdog-Pot. Ein Hotdog-Dog. Ein Hotdog-Dog. Lass machen... Mach ich nicht. Und so... Na ja. Hier ist meine... Uh, die Haut! Bist du das immer? Hm. Nein. Bist du da Burrito-Hund? Nein. Deine Hauptfigur. Immer bei deinen Videos. Bei... Wenn du so redest. Hallo Leute und so weiter. Haaa! Äh, Dings. Diese... Burrito-Hund? Oder Katze? Mhm. Diese Ding... Wie heißt das nochmal? Hotdog-Hund? Wo Dings kommen. Dackel? Mhm. Schildkröte? Ja. Mhm. Die ist eine große Pizza. Die kann man so benutzen, als ob da jemand reingebissen hat. Ja. Und jetzt... Honey! Jetzt tue ich mal... Den... Den... Der... Das ist... So. Der Zweite! Sieht man meine Hand sozusagen? Ja. Sieht man das? Mhm. Wie geil. Eine Schildkröte. Eine Erdbeer-Schildkröte. Hä? Wieso? Haaa! Oh! Das kommt rein! Boah! Das ist mein! Ich hab mit dir getauscht! Mein ey! Ja, jetzt machen wir ja so. Boah! Ey! Ich mach meinen Müll gleich. Und den Müll. Und du machst... Dein Müll! Dein Müll! Ähm... Hä? Hä? Oh mein Gott! Wieso Hotdog? Ich schwöre, dass... Das ist der Hotdog, den wir uns hier geben haben. Ah ja. Hier, so. Und hier ist mein Hotdog. Süße Hotdog. Hotdog! Hotdog! Hier! Ich hab ihn auch. Hä? Schau mal. Hä? Hä? Ich hab' von euch einen Hotdog! Ich seh' nicht süß! Hi! Jetzt die... Dritte! Es gibt fast nur Mädchen, die nur einen Jungen und das der Affe. Oh, ich hab das schon aufgemacht, Leute. Ja. Okay, das hab ich nicht genug speichern sollte. Hier ist eine Schildkrote. Hallo! Hier ist eine Zwei Erdbeer. Mhm. Hier ist es links. Mhm. Warte, was soll ich denn machen? Ja. Was ist das da? Mhm. Und da ist er. Naja, ich hab alles gezeigt. Probisch. Mhm. Ah! Oh mein Gott, die steht einfach. Nee. Und hier ist nichts mehr. Der Affe. Das hab ich nicht aufgemacht. Ne? Hat sie nicht. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht in die Kommentare schauen. Das ist das. Das Fette aufgemacht und so weiter. Diese grünen Geräusche. Was? Guck hier. Hä? Wieso? Warte, guck mal, guck mal. Lass mal das weg. Das ist meine Schildkröte. Höhf. Höhf. Bukaraja-Chan. Hey, Makarona. Höhf. 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 Erstmal geil. k als sie nicht mehr sprechen oder das andere schildkröte nicht nur die meine oma redet Sorry, wegen den Hintergrundgeräuschen. Wenn deine Bruder kümmern, mach ich Stopp. Warte, meine Figur. Mann, wieso sieht man nicht meine Figur? Guck jetzt, warte, so sieht man das. Halt. Ah! Was? Hm. Ja, Leute. Ja, Leute. Das ist eine Auge. Die Nase. Die ist wieder da. Ja. Ich habe mit euch... Ey, geh weg hier. Ja. Ja. Ja, ich habe mit euch meine Lidlis... Lidlis. Lidlis? Lidlis Patchwork. LPS. Er wird es mit euch aufgemacht. Ich habe einen Hund bekommen. Das sind Zwillinge, die Schildkröten. Ich habe zwei Schildkröten. Das sind Zwillinge. Ein Hund, noch ein Hund. Das sind Zwillinge. Okay, okay. Ich habe Zwillinge, einen Hund und einen Hund. Eine Hotdog und Hotdog. Hotdog, Doc, Hotdog, Doc. Doch, 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 doch. Und einmal ein Pizza-Doc, ein Pizza-Doc. Doch, doch. Das ist ein Pizza-Doc. Nicht doch, doch. Ich weiß. Und ja, das war es mit dem Video. Und bye. Ich wollte mal etwas sagen. Halloween, äh, Halloween. Oder irgendein anderes Ding. Oder Geburtstag. Mhm. Dann spiele ich, mache ich auch ein Video. Halloween, Geburtstag. Beispiel bei Halloween kommen Gruselige. Mhm. Geburtstag kommt, naja, ich weiß schon. Bei Dings, wie heißt das nochmal? 2019. 2019. Also bei Silvester. Ja, bei Silvester, komm. Nochmal ein Video, oder nein? Dann mache ich ja, dann habe ich keine Zeit mehr. Doch, wenn 2019 ist, gehen wir dann hoch. Geben dann hoch? Ins Zimmer von mir. Oder in dein Zimmer oder so. Ja, ne? Ja. Aber meine Cousins kommen dann, dann. Dann sind wir tot, dann können wir das nicht mehr machen. Mhm. Dann gehen wir halt irgendwo hin, äh, wo wir ganz allein sind. Dann sage ich meiner Mutter. Ja, Leute. Das war es mit meinem Video. Bye, bye. Ciao. Gleich mache ich noch ein Video. Mit mir. Ja. Aha. Okay. Bye, bye, Leute. Bye, bye.